Wir sind am Karriere, die noch am Anfang der Gegenkammer zu machen, weil wir den Drums hören. So, wir hören am Anfang The Close. Danach das zweite Stück ist eine eigene Komposition von Alva Holster. Das dritte Stück ist von The Wiff. Und sie beenden ihr Programm mit dem Song als Zitat. So, wenn der Nachbarn fertig ist, können wir euch wieder hören, wieder voll, nach dem Bad. Hier darf man zwischen den Songs auch mit den Nachbarn stehen. Und wir befinden uns in der Palliologie im Kopf. Das sieht schön aus. Der Nachbarn. Der Nachbarn. Der Nachbarn. Der Nachbarn. Vielen Dank.